hallo meine lieben herzlich willkommen zu diesem orakel ja wie ihr seht habe ich hier schon mal ein paar karten ausgelegt denn ich möchte euch die energien die in den nächsten zwei monaten auf uns wirken gerne mit dem tabu karten veranschaulichen das heißt es gibt heute mal wieder ein bisschen ein längeres intro weil das wirklich auch sehr komplex ist die energien wieder auf uns wirken und ich fange jetzt einfach mal an seit dem sechsten september ist venus ins zeichen der des löwen eingetaucht möchte ich sagen venus in löwe und mars in wieder das heißt und ja unsere zwei beziehungsplaneten stehen nun im feuerzeichen während venus ich zeige es euch ganz kurz während venus hier im zeichen des löwen wirklich aufgerufen ist beziehungsweise was heißt nicht nur aufgerufen ist ich glaube venus hat auch von sich aus selbst das dringende bedürfnis im zeichen des löwen gesehen zu werden gehört zu werden sich gut zu fühlen sich durchzusetzen wirklich zu strahlen venus hätte gerne anerkennung venus venus ist unser 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 planet für die liebe für die schönheit für die dinge herrscherinnen energie ist vage energie und stier energie das heißt es geht wirklich um zwischenmenschliche beziehungen und partnerschaften es geht um schönheit es geht um liebe es geht um die weichheit aber mit der mit dem stier aspekt ebenso auch um 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 geld und um materielle werte und generell um wertvorstellungen und dem möchte gerne ausdruck verdienen verliehen werden venus fühlt sich ziemlich stark im moment das heißt man möchte sich wirklich durchsetzen und wie ich gerade schon sagte gesehen werden aber venus bekommt und störenfried ich möchte jetzt mal wirklich sagen einen kleinen störenfried nämlich mars im zeichen des widders der jetzt rückläufig wird am achten neunten oder neunten neunten und der unterschied zum rückläufigen mars im gegensatz zu den anderen planeten die uns ja das ganze jahr mit ihrer rückläufigkeit schon auf krabb gehalten haben ist dass mars uns auffordert jetzt aktiv zu werden bei mars energie reden wir von durchsetzungskraft von macht von sexualität von ins handeln kommen vom aktiv werden und was möchte mars mars möchte dass wir die ganzen prozesse die wir aufgearbeitet haben in diesem jahr oder vielleicht auch schon länger denn ich habe gestern ein video gesehen zum rückläufigen mars und das letzte mal war mars rückläufig im sommer 2018 also es könnte tatsächlich auch sein dass man sich in irgendeiner art und weise mit prozessen aus aus dem sommer 2018 noch mal auseinandersetzen muss beziehungsweise konfrontiert wird aber mars hat eine ganz bestimmte idee hier da in seiner rückläufigkeit mitbringt und zwar geht es ein bisschen um zweite chancen es geht ein bisschen darum habe ich was habe ich gelernt in den in der ja in den letzten monaten möchte ich jetzt mal sagen denn es geht darum zu handeln es geht darum eine situation oder situationen anders hand zu haben es geht darum dass wir vielleicht wirklich rückläufige energie geht da geht es immer um die vergangenheit da geht es immer irgendwie zurück aber mars möchte und situationen zurückbringen in denen wir die möglichkeit haben anders zu reagieren anders damit umzugehen nichtsdestotrotz ich möchte euch kurz ich habe gestern eine orakel karte hier entdeckt die perfekt die energie beschreibt die maß nämlich auch mitbringt und das das ist der herausfordernde aspekt nämlich die karte chaos und konflikt ich habe irgendwie das gefühl der rückläufige maß der hat so ein bisschen erdbeben energie wackelige konstrukte könnten hier wirklich ins wanken kommen beziehungsweise vielleicht sogar ins fallen kommen weil mars wirklich aufrütteln möchte was nicht mehr gut ist und ich möchte euch jetzt mal kurz die botschaft zu dieser chaos und konflikt karte vorlesen weil hier steht sehr sehr schön beschrieben welche energie dieser maß mit sich bringt ein gegeneinander von kräften sorgt für eine aufgewühlte atmosphäre erkenne aber auch die entmischende kraft des chaos die dazu dient dich aus alten verhaftungen zu befreien im innersten aufgerüttelt lässt du anteile deiner selbst zurück die du nicht mehr brauchst und streust die saat für eine lebendige form über die du dich neu entdeckst auch wenn der konflikt im außen zu toben scheint ist er seinem wesen nach ebenso ein innerer der sich im außen spiegelt und dort und dort verwirrung stiftet vielleicht gerätst du mit jemandem einen zwiespalt der einen sturm entfesselt dem du dich nicht gewachsen fühlst aber jeder sturm legt sich wieder und aus dem chaos entsteht eine neue ordnung konflikte bringen die verborgenen seiten deiner situation zum vorschein betrachte dies einfach als eine momentaufnahme als eine phase in der du zuflucht suchen und dich dem kampfgetümmel entziehen muss suche jetzt nicht die konfrontation es geht jetzt weniger darum verstanden zu werden als darum zu verstehen genau so die zwei münzen habe ich rausgelegt weil weil es wirklich sehr wichtig ist die balance zwischen diesen beiden energien zu halten rückläufigermaßen in widder das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt in widder habe ich hier extra rausgelegt widder ist mit dem kopf durch die wand ist aber auch da geht es ums ich was ich möchte und es geht darum sich wirklich auf eine sehr ich sage jetzt mal auf eine sehr smarte art und weise durchzusetzen sich aber auch bewusst zu sein dass ganz viel konflikt den dieser rückläufige maß hier mitbringt das habe ich hier wollte ich hier mit diesen beiden karten veranschaulichen der rückläufige maß der ja der bringt das blut so ein bisschen zu kochen nicht nur bei einem selbst sondern auch im außen es ist wirklich wichtig um diese balance zu halten sich immer bewusst zu werden dass dass ganz viele menschen eben gerade ja so ein bisschen aufgewühlt sind dass das viele menschen ja denen das messer schneller in der tasche aufgeht dass viele menschen sich wirklich mit wut und aggression auseinandersetzen und dass das auch etwas ist was dir begegnen könnte die was hier bei dieser chaos und konflikt karte steht ist bleib in bleibt bei dir lass dich nicht lass dich nicht auf irgendwelche streitigkeiten ein oder lass dich nicht in irgendwelche konkurrenz kämpfe oder in irgendwelche konflikte wein ziehen aus einem impuls heraus diese ganze feuer energie die die hier zu spüren ist das ist wirklich da ist spannung in der luft und wie ich gerade schon sagte rückläufiger maß das geht noch bis mitte november entschuldigung das geht noch bis mitte november und ich habe ich habe wirklich das gefühl das ist so ja das ist jetzt so die die aufräumarbeit die er von uns erfordert maß vor allem vor allem in beziehungen ähm was nicht mehr stimmig ist möchte jetzt gehen die lernaufgaben die dir die du dieses jahr vor die für vor die füße gekotzt bekommen hast die werden sich jetzt präsentieren und du wirst du wirst irgendwie aufgerufen sein zu handeln du wirst irgendwie aufgerufen sein zu zu reagieren aber am besten kommst du damit klar wenn du immer in dieser herrscherinnen position bleibt wenn du dein licht nicht dimmen lässt wenn du dich nicht unterkriegen lässt wenn du dich nicht entmutigen lässt ähm und ja bei dir bleibst wenn deine positivität nicht verlierst ne dem ich habe das gefühl diesem konflikt hier so ein bisschen mit einem ja mit einem leck mich am arsch gefühl entgegen sind ich hoffe ihr wisst was ich meine ähm aber das hier was ich hier gerade mache meine liebe meine lieben das ist so was wie ein energetischer wetterbesicht ja ich sage euch hier die nächsten zwei monate könnte es wirklich gewitter geben energetisches gewitter aber davor muss keiner angst haben wenn ihr euch das wetter anschaut und oder wenn ihr euch den wetterbericht anschaut und da steht gewitter drin habt ihr ja wahrscheinlich in der regel auch keine angst all das was hier hoch kommt kommt hoch damit es gehen darf endgültig ne alles was einem um die ohren fliegt ist einfach nicht mehr dienlich und möchte gehen so wir haben aber auch zwei sehr sehr positive nachrichten ähm für die kommende zeit und zwar wird jetzt am 13 september ähm jupiter wieder direktläufig und am 29 september saturn jupiter energie ist unsere glücksenergie ne das ist ähm das rad des schicksals da geht es wirklich darum das universum möchte uns wieder vorwärts bewegen möchte uns wirklich wieder rückenwind geben möchte uns wieder glückliche gelegenheiten zuspülen und saturn unser strenger lehrer vater zeit unser karma planet der möchte wieder für ein bisschen balance sorgen das heißt zwei sehr ja zwei sehr bedeutsame kräfte die jetzt auch die ganze zeit in der rückläufigkeit waren mit jupiter und saturn die gehen jetzt wieder in den vorwärtsgang ähm vieles die alles was hier aufgewühlt wird dieser ganze konflikt wird aufgewühlt oder alles was dir begegnet wird aufgewühlt damit du es ausgleichen kannst das ist sollte uns allen bewusst sein und sollte auch bewusst sein dass die gemüter alle ein bisschen erhitzt sind dass ähm ja das ist einfach leichter zu zu stress und streitigkeiten und drama kommt und ähm dass wir eben aufgerufen sind ähm bei uns zu bleiben und unser licht nicht dimmen zu lassen das möchte ich wirklich sagen auch keine angst vor diesen konflikten zu haben und auch keine angst davor zu haben was das universum plant das universum hat ein super plan nämlich nach die dinge die dinge wieder in die richtige richtung zu treiben und alles was gehen muss darf nun gehen so gut meine lieben das war wieder ein super langes intro ähm ihr findet unten in der infobox einen hinweis wann ihr dieses intro überspringen könnt für diejenigen die sich mehrere elemente anschauen ähm ich möchte aber noch einen kleinen hinweis für diejenigen loswerden die zum ersten mal auf meinem kanal sind hi schön dass ihr da seid ihr findet alle infos zu meinen readings unten in der infobox denn ich spare mir diese super langen infos die man am anfang solcher videos hat und steige immer direkt ein in die energie so und das werde ich jetzt auch machen indem ich mich auf eure elemente fokussiere und hoffentlich herausfinde was diese energien für deine elemente gruppe so im ja im gepäck haben in diesem sinne bis gleich meine lieben ciao ciao hallo meine lieben luftzeichen schön dass ihr da seid ähm ja wir schauen jetzt mal was denn das universum für eine botschaft für euch mitbringen möchte ich möchte jetzt als erstes gerne noch eine eine uratelkarte für euch ziehen in der hoffnung ähm ja noch ein bisschen mehr info dazu zu bekommen und dann schauen wir mal wo die reise hingeht so liebes universum welche energie möchte der rückläufige mars für ist das so ha 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 für die luftzeichen mitbringen meine lieben die karten nicht für dich und wie viel gerade schon bei den erdzeichen ähm und ich habe das deck wirklich gut durchgemischt ich meine ich habe es ja gerade selber gesehen ich habe es ja vor der kamera auch nochmal gemischt aber ich mische meine karten immer sehr gut ähm die karte nicht für dich okay also die gleiche botschaft die ich ähm den erdzeichen gerade gesagt habe ich glaube ähm all das was sich zeigt all das was mars vielleicht nochmal aufs tablett bringt möchte euch zeigen wo ihr nicht mehr hingehört welche spielfelder ihr nicht mehr betreten solltet oder möchtet oder was einfach nicht mehr stimmig ist all das möchte gehen die dinge die die nicht mehr passen die die schlachten die ihr nicht mehr kämpfen wollt die gefühle die ihr nicht mehr fühlen wollt ähm interessant ich finde es wirklich super interessant dass diese karte jetzt nochmal raus ähm rausgesprungen ist ich ich schaue jetzt direkt mal weiter was die tarot karten sagen aber meine lieben äh meine lieben luftzeichen ich glaube dass dieser rückläufige mars tatsächlich aufräumt nach der 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 bäumt auf und natürlich kann das chaos und konflikt sein aber die dinge die nicht mehr passen sind die dinge die nicht mehr stimmig sind die dinge die nicht mehr in dein leben gehören all das wackelige konstrukt ne all das all das schmeißt maß um die dinge die dir nicht mehr dienlich sind aus der stäbe an da habe ich gerade gesehen interessant interessant okay liebes universum dann erzähl mir was für meine luftzeichen was darf ich mein luftzeichen hier sagen okay 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 wow meine lieben luftzeichen solltet ihr irgendwie erde wow erdzeichen solltet ihr mit einem erdzeichen zu tun haben oder solltet ihr ähm erdzeichen in eurem geburtshoroskop haben dann ähm dann schaut euch bitte das erdzeichen reading an aus dem ganz einfachen grund dass hier genau die gleichen karten fallen wirklich die erdzeichen hatten auch bereits die acht kelche und die sechs schwerter und ne das ist für mich beide beides karten des des übergangs der neuen wege die eingeschlagen werden möchten man dieses bötchen hier schippert an ein neues ufer und es geht wirklich liebe liebe luftzeichen es geht wirklich darum ähm die dinge endgültig hinter dir zu lassen die dir keinen frieden mehr bringen ne auch ähm ähm beziehungsweise ich möchte es so sagen ich hab ich hab das gefühl das ist eure energie und in der energie befinden wir uns ja alle mit diesem rückläufigen maß und mit wow das ast der münzen an der unterseite des stecks und mit dieser ähm wir alle sind gerade sehr in unserer feuer energie mit dem venus in löwe und mars in widder ähm das ist das die das ist die energie die auf uns wirkt und ich glaube ich glaube es geht hier darum wirklich diese diese transformationsprozesse all das abzuschließen ne sein frieden zu machen mit irgendwelchen mit irgendwelchen veränderungen vielleicht auch ne sein sein frieden zu finden mit irgendwelchen dingen die zu ende gegangen sind oder die zu ende gehen möchten ich habe aber das gefühl dass die königin der stebe hier sehr sehr selbstbewusst nach vorne schaut und sagt hey ja ich weiß ne ich weiß was sich verändern muss ich weiß was gehen muss ähm ich habe auch die kraft und den mut und die stärke das durchzustehen weil ich weiß welchen sinn es hat nämlich dass ich frieden finde dass ich innere ruhe finde dass ein ein langer prozess bei der mäßigkeit ist immer dieser zeitfaktor hinten dran da sind wirklich ein langer 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 transformationsprozess hier wirklich balance finden möchte ausgleich finden möchte abschluss finden möchte ähm und hier der ast der münzen an der unterseite des decks ist hier definitiv nach diesem ende auch schon eine neuanfangsenergie zu sehen möglicherweise hier mit einem könig der kerche der am anderen ende dieses ufer wartet beziehungsweise der auf den ihr euch zu bewegt es geht ja also es thema beziehungen ist auf jeden fall ähm ein großes thema ich habe das gefühl ähm die prozesse die hier abgeschlossen werden möchten führen am ende des tages hier zu einem ähm neuanfang in beziehungen ich lege ich lege das ähm ich lege das ich lege das ast der münzen hier hin ich habe das gefühl es möchte raus ähm auch bei euch auch bei euch ist diese ist diese super krasse vorwärtsenergie ähm hin zu was besseren hin hin zu einem neuen fundament auf dem sich beziehungen aufgebaut werden können hin hin zu einem neuen ja zu einer neuen Sicherheit zu zu einem neuen gefühl der vertrautheit zu ähm vielleicht auch wirklich zu neu anfängen die wirklich in der in der 3d welt ähm stattfinden also wirklich man geht eine neue beziehung ein oder man ähm wir schauen erstmal weiter ich würde gerne mal wissen warum liegt denn der tod hier liebes universum warum liegt der tod hier für meine luftzeichen der page der stäbe und die ähm vier stäbe super viel feuer energie auch hier schon wieder ne das hier schütze energie vielleicht die mäßigkeit wenn die grad in legungen fällt ist für mich immer der dezember und der dezember wird wirklich eine eine neue ära einleiten aber das erzähle ich euch ja jetzt wirklich schon lange ähm ich habe das gefühl ihr macht euch aber hier auf direkten weg zu zu einem neu anfangen ähm vielleicht ist es vielleicht ist das was hier mit dem tod ähm verändert werden möchte ist so ein bisschen eure eure nicht einstellung zu beziehungen aber diese 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 leichtigkeit vielleicht habt ihr irgendwie vielleicht war beziehung ein schweres thema oder vielleicht war lag hier viel auf eurer seele was gehen musste was transformiert werden musste ähm damit ihr die einstellung oder die zuversichtlichkeit was beziehungen angeht ähm ändern könnt damit ihr ja frohen mutis und voller glauben ähm wieder auf beziehungen schaut oder schauen könnt kann natürlich auch sein dass hier eine eine beziehung zu ende gegangen ist in der vergangenheit oder eine beziehung zu ende geht das werdet ihr wissen die sache ist die ich glaube ihr müsst vor dieser energie überhaupt keine angst haben weil das was hier gehen möchte sind die dinge die nicht gut für euch sind ähm kann eine beziehung kann irgendwas mit einer beziehung und kindern zu tun haben aber ich glaube es ist eher es ist eher so ein bisschen eure eure leichtfüßigkeit ähm generell in zum thema beziehungen und ähm miteinander die hier die hier transformiert werden möchte an der unterseite des decks der nahe die leichtigkeit also ich glaube ihr werdet auch viel schwere los ähm weil ich hatte gerade die zehn die zehn stäbe an der unterseite des decks deswegen glaube ich ähm hier möchten wirklich die altlasten möchten die die altlasten ihr seid auf direktem wege richtung neuanfang richtung einer neuen beziehung oder ne einem neuen fundament in einer beziehung einer einer neuen basis einer beziehung und ich glaube ähm ich glaube ihr könnt da auch sehr sehr hoffnungsvoll und sehr optimistisch ähm auf eure zukunft schauen vor allem auf eure zukunft in beziehungen ich würde jetzt gerne mal oder ich hätte jetzt erst gerne mal noch eine zusatzbotschaft hier für euch meine lieben luftzeichen ich lege das mal kurz ein bisschen hoch beziehungsweise nein ich frage erstmal anders nach wer ist denn der könig der kelche hier die königin der schwerter beziehungsweise den dritten der schwerter habe ich als erstes gesehen den dritten der schwerter die königin der schwerter eure energie meine lieben und die zehn kelche ich weiß noch nicht genau wer der könig der kelche ist aber der könig der kelche ist definitiv der mensch ähm mit dem ihr diese diese neue glückliche beziehung führen könnt ich habe aber das gefühl hier mit dem ritter der schwerter hier ist chaos und konflikt hier ist wut hier ist streit lustigkeit hier ist hier sind diese trigger punkte die maß ähm die maß zeigen möchte aufzeigen möchte also in irgendeiner art und weise geht es für euch schon nochmal zumindest gedanklich zumindest gedanklich zurück um hier eine klarere vision von eurem vorwärtskommen zu bekommen um vielleicht auch zu um hier noch irgendwelche erkenntnisse zu erhalten ähm warum war mit der ritter der schwerter warum liegt der ritter der schwerter warum liegt der ritter der schwerter der mond und der ritter der kelche das was ich hier sehe wenn ich das jetzt mal so hinlegen ich glaube das thema mit dem ihr euch auseinandersetzen hier liegt auf jeden fall noch unterbewusst was oder eine angst oder eine unsicherheit ist ähm gebt mir eine sekunde meine lieben luftzeichen erinnert der ritter der kälche in dem ich als eure energie war und ich hab das gefühl das hat mit einer vergangenen situation zu tun in der ihr dieser ritter der kälche wart ähm und entweder nicht an genommen wurde oder angegriffen wurde für das was ihr da gebracht, gesagt, getan habt. Ich bin mir an überlegen, ob das der König der Kelche ist, der euch hier angegriffen hat, ob das vielleicht die gleiche Person ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, meine Lieben Luftzeichen. Das, was ich hier sehe, ist definitiv, ich habe das Gefühl, hier wird nochmal was Altes angetriggert. Irgendwas emotional, vor allem emotional. Irgendwas wird hier nochmal angetriggert, dass ihr euch anschauen solltet, um diese Königin der Schwerter zu werden und um euch, ne, um das wirklich, das, was hier passiert ist, wirklich hinter euch zu lassen. Warum, warum liegt hier dieser, also eine Karte hier zum Ritter, der Kelche, Ritter, der Schwerter. Eine Karte jetzt noch, der Wagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr, 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 ihr wurdet emotional oft ausgebremst. Ich glaube, das, was ihr hier getan habt, wie gesagt, Ritter, der Kelche, nämlich als eure Energie war, in der Vergangenheit, ne, das hier, das hier definitiv, nämlich als vergangene Energien war. Das wurde nicht so angenommen oder ihr hattet immer eure Intentionen, euer Ziel war immer vorwärts kommen. Das, was ich tue, das, was ich einbringe, tue ich, um vorwärts zu kommen. Und immer wieder kam hier dieser Ritter, der Schwerter und hat euch Steine in den Weg gelegt, hat euch angegriffen, hat euch, ist euch irgendwie, ne, entgegengekommen und hat das sabotiert. Ich sag's mal so. Und ich glaube, und ich glaube, das hier ist auch die Angst. Ich glaube, das ist auch die Angst, die hier nochmal hochkommt oder das Gefühl, ich würde mal sagen, eher das Gefühl, das hier hochkommt, dass ihr vielleicht das Gefühl habt, egal was ich tue, ne, ich habe die besten Absichten und alles, was ich tue, meine, meine, in Intentionen, in den Dingen, die ich tue, sind immer, weil ich vorwärts kommen möchte. Aber es wird nie erwidert, ne, es wird nie angenommen, es wird nie gesehen, es wird, ähm, es wird irgendwie immer bekämpft. Und die Angst, die ich hier wahrnehme, ist dieses, es ist egal, was ich tue, es ist so und so irgendwie schwierig für mich. Ähm, oder jedes Mal, wenn ich mich öffne, bekomme ich einen Dämpfer. Jedes Mal, wenn ich meine Gefühle zulasse, bekomme ich einen Dämpfer. Ähm, der Königin der Schwerter, der wird hier irgendetwas klar, aus dem, was hier nochmal auf den Tisch kommt. Was wird der Königin der Schwerter denn hier klar, liebes Universum? Eine, eine Karte noch für Königin der Schwerter, wahrscheinlich, weil sie nicht mehr haben möchte, ne, also, ja, wow, okay, oh wow, okay, 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 an der Unterseite des Decks, die, ähm, die Sexkelche. Also, die Königin der Schwerter, die zieht hier definitiv ihr Schwert. Ähm, entweder trifft sie Entscheidungen oder sie bekommt neue Erkenntnisse, ne, vielleicht trifft sie auch Entscheidungen, dass sie diesen Ritter, der Schwerter, nicht mehr an sich ranlassen möchte, ob das eine bestimmte Person ist oder, oder auch, ne, ob das generell, ähm, eine Energie beschreibt. Der Königin der Schwerter, der wird ziemlich klar, wo sie hin will, ne, die, die setzt sich, die setzt sich hohe Ziele, beziehungsweise, die hat hohe Ansprüche. Ähm, die lässt sich nicht mehr auf irgendwelche, auf irgendwelche Spielchen ein, auf irgendwelche, die weiß, was ihr nicht gut tut, sagen wir es mal so. Die Königin der Schwerter, sie weiß absolut, was ihr nicht gut tut und sie bekommt, ähm, sie bekommt Klarheit über das, was hier in der Vergangenheit liegt. Vielleicht spricht die Königin der Schwerter auch irgendwie ein Machtwort. Also dieses, dieses Ast der Schwerter ist hier, war auch gerade bei den Erdzeichen im Übrigen, ähm, sehr, oder ist, ist bei den Erdzeichen zweimal sogar gekommen. Es geht wirklich darum, Stellung zu beziehen und Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, ich frag mal, ich will mal wissen, warum das Ast der Schwerter hier liegt, liebes Universum. Warum liegt das Ast der Schwerter hier für meine, ähm, wow, für meine Luftzeichen? An der Unterseite des Texts, der Stern. Okay. Also, die, ähm, die Königin der Schwerter, sie weiß absolut klipp und klar, was nicht mehr gut ist für sie, ne? Die will keine Unbeständigkeit mehr und sie will auch keine Spielchen mehr spielen. Sie will kein, sie will, ne? Ich glaube, sie hat etwas gelernt. Die Königin der Schwerter hat etwas gelernt. Und das war wichtig, ne? Das war eine, wow. Die hat wirklich etwas ganz Krasses über sich selbst gelernt. Die, ähm, der Stern und der Eremit. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass ihr das, dass euch, dass meine Lieben, ziemlich klar wird. Und zwar, ich glaube, es hat ein bisschen was mit Beuteschema zu tun, aber kann natürlich auch eine bestimmte Person sein, die ihr da jetzt, ähm, die ihr da jetzt habt. Aber sie lässt sich nicht mehr ein. Sie lässt sich nicht mehr ein auf Mindgames, auf Playboys, Playgirls, auf unsichere, auf unsichere Personen, auf, ähm, Unbeständigkeit, auf Spielchen, die sie nicht gewinnen kann. Zu all dem sagt sie nein. Weil, sie will doch die zehn Kälte, ne? Ihr wollt doch, ihr wollt doch eine glückliche, erfüllte Beziehung. Und eine glückliche, erfüllte Beziehung, in der einem alles, in der alles gegeben ist, was man sich wünscht, bekommt man nicht mit einem Menschen, der nicht weiß, was er will, mit einem Menschen, der kommt und geht, wie er will. Und oft Geschichten, ähm, Menschen, die vielleicht ihre eigenen Ziele durchsetzen wollen, all das will sie nicht mehr. Und ich glaube, dieses Nein dazu zu sagen, ne? Dieses Nicht-für-Dich-Nein-zu-Sagen zu Energie oder zu Menschen, die, ähm, die ihre Ansprüche nicht erfordern oder, ähm, die ihre, sagt man erfordern, die ihre Ansprüche nicht decken. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, zu denen sagt die Königin der Schwerter mittlerweile klipp und klar, nein. Nein, nein, ich will den König der Kelche. Ich will jemanden, der weiß, was er will. Ich will jemanden, der bereit ist, sich auch emotional auf mich einzulassen. Ich will jemanden, der keine Angst vor Beziehungen hat. Ich will jemanden, der sich schon ausgetobt hat, ne? Der sich seine Hörner schon abgestoßen hat. Ich will keine Dreierkonstellation mehr. Ich will, ne? All das will ich nicht mehr, weil ich weiß, dass es gut, dass es mir nicht gut tut. Ich weiß, dass ich, ne, dass das ein Spielfeld ist, auf dem ich nur verlieren kann. Ich habe das Gefühl, dass der Tod hier liegt, meine, meine lieben Luftzeichen. Ich habe das Gefühl, dass der Tod hier liegt, ähm, der, der beschreibt, dass wirklich ein langer Prozess hier zu Ende geht. Dass ihr, ja, dass ihr, dass dieser Heilungsprozess und dieser, ne, dieser innerliche Prozess, in dem wir alle dieses Jahr geworfen wurden, ähm, dass, ja, dass der nun einen Abschluss findet. Ich kann es nicht anders sagen, dass, dass es wirklich darum geht, ähm, zu heilen, zu sich zu stehen, ähm, konsequent zu sein, selbstbewusst zu sein, sich nicht für wenige hergeben, ähm, sich nicht mehr, vielleicht auch, ne, vielleicht ist das hier. Die Energie, dass ihr, ähm, dass ihr in der Vergangenheit auf Menschen getroffen seid, hier auf diesen Ritter der Stäbe, ähm, die, ne, die kamen angaloppiert und die hatten erstmal so eine folgige, leidenschaftliche Energie dabei. Und dann habt ihr euer Herz geöffnet, auch wenn, ne, vielleicht war noch gar nicht klar, wo das hingeht. So viele Fragezeichen, die rund um diese Person oder Personen in der Vergangenheit noch im Raum standen, aber ihr habt gesagt, hey, okay, nee, ich will das Ding vorwärts bringen, also öffne ich hier mein Herz, auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, warum dieser eine Mensch in mein Leben gekommen ist, und dann hat dieser Mensch Boom gemacht und hat gesagt, nee, ne, will ich doch gar nicht, ich will doch gar nicht Liebe und Beziehung und was weiß ich. Ich glaube, das, was ich hier sehe mit der Königin der Schwerter und der Königin der Stäbe ist, ist, dass ihr euch nicht mehr für weniger hergebt, ähm, als, ähm, ja, als ihr euch vorgenommen habt, beziehungsweise, dass ihr auch vielleicht eine klare Positionierung, ähm, von eurem Gegenüber erstmal erwartet, bevor ihr euch emotional auf jemand einlasst, beziehungsweise auch dieses, ich versuche nicht mehr hier, oder, au, ich, wie soll ich euch das sagen, ähm, Bevor nicht alle, alle Fragen geklärt sind, ne, bevor ich nicht alles, alles weiß über den Menschen, der da in mein Leben kommen möchte, oder über die Menschen, die mir begegnen, höre ich auch auf, hier in so eine Vorwärtsenergie zu gehen, ähm, und mich zu öffnen und diesen Kelch anzubieten und zu tun und zu machen, weil ich mir am Ende nicht sicher bin, ne, ob das angenommen wird. Und erst, wenn ich mir sicher bin, dass, dass mir ein König der Kelche gegenübersteht, bin ich auch bereit, hier rein zu investieren. Und das ist, glaube ich, meine Lieben, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Lektion, ähm, die hier gelernt werden möchte. Euch nicht, euch nicht unter Wert zu verkaufen, euch erst nackt zu machen, euch erst angreifbar und verletzlich zu machen, ähm, ja, wenn eure innerliche Checkliste vom Gegenüber abgehakt ist, möchte ich jetzt mal sagen, euch nicht mehr mit, ja, mit Menschen zu tun, äh, mit Menschen einlassen, die von vornherein nicht das Gefühl erwecken, oder euch nicht das Gefühl geben, dass sie das Gleiche wollen wie ihr. Okay, interessant. Gut, meine lieben Luftzeichen, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier noch genauer eingehen möchte. Ähm, auch euch möchte ich sagen, ich glaube, auch wenn, ich werde das jetzt gleich im Extended Reading, äh, mal nachfragen, was hier denn vielleicht noch für Chaos und Konflikt auf euch warten könnte, aber auch euch möchte ich sagen, ihr müsst vor diesen, vor diesen Energien, die da nochmal kommen und die uns vielleicht nochmal antriggern, ne, und die wirklich nochmal, ne, die wirklich nochmal, irgendwas mit unserem Unterbewusstsein machen, irgendwas mit, ne, irgendwelche Ängste antriggern, ihr müsst davor absolut keine Angst haben. Ihr seid die Königin der Stäbe, ihr seid die Königin der Schwerter, die das aushalten kann, die, die sich bewusst darüber ist, dass, ne, dass dieser, dieser lange, lange, lange Transformationsprozess jetzt einen Abschluss finden will. Auch ihr seid bereits auf dem Weg in eine neue Richtung, auch ihr, ne, seht hier schon das Ufer in der Ferne. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, was sich hier ändert, ist ein bisschen der Blick auf eure, ne, auf Beziehungsdynamiken, ähm, ist auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen, ne, hier mit der Königin der Schwerter, und, ähm, auch so ein bisschen Selbstschutz, ne, hier mit dieser Energie. Ich glaube, ihr lernt, ihr lernt, ähm, wirklich, was gut für euch ist. Und ihr lernt auch Nein zu sagen für die Dinge, die eben nicht gut für euch sind. Und das ist wundervoll, meine Lieben. Dieser, dieser große Heilungsprozess, das, was, das, was dieses ganze Jahr intern passiert ist, ne, die, die ganzen, die ganzen Triggerpunkte, die hier unter der Oberfläche hochgeholt wurden, die wir uns anschauen mussten, sie finden einen Abschluss, sie finden ein Ende. Also nicht aufgeben, nur weil jetzt vielleicht noch mal, ähm, zwei schwierige Monate auf uns warten. Das ist, das ist definitiv die Botschaft aus diesem Leben. Gut. Meine Lieben, ähm, ich lasse das hier so stehen. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao, ciao! Ciao!